Für alle, für alle, die sich fragen, was ich gerade so mache. Ich habe mich um die Elektrik gekümmert. Fernseh funktioniert wieder. Ich kümmere mich immer noch um die Waschmaschine, die immer noch verstopft ist. Und Waschwäsche von Hartzell seit Tagen. Die Elektrik funktioniert und ist alles gesichert und kontrolliert vom Elektriker. Und die Waschmaschine versucht abzupumpen. Ich hoffe jetzt, na, 20. Mal aussaugen und abpumpen und Schlauch reinigen. Muss es doch wieder funktionieren. Weil die Elektrik ist in Ordnung. Es ist nur die irgendwas verstopft. Damit bin ich beschäftigt. Jetzt tue ich alle Geräte anschließend. Playstation, Blu-ray. Und dann können wir in Weihnachten, zur Weihnachtszeit, Filme gucken. Und alles schön aufräumen. Hoffentlich funktioniert die Waschmaschine jetzt bald wieder. Ich wasche schon seit zwei Tagen alles von Hand. Und es ist in Ordnung von Hand zu waschen. Aber schleudern. Wobei der Schleudergang geht. Nur das Abpumpen funktioniert nicht. Und vorhat das Schleudern nicht funktioniert. Und das Abpumpen. Das mache ich jetzt im Moment. Und... Und...